Willkommen zurück zu einem weiteren Video YouTuber Save 1 auf meinem Kanal. Wir machen direkt weiter. Ohne Unterbrechung. Okay. Neues Spiel. Spirit of the Casino. In dem Reviews bekommt das Spiel eine gute Wertung. Eine Wertung von gut. Aha. Das Geld wird am 21. April zu einem Preis von 13.50. Wer ein kostenloses Exemplar möchte. Ich will ein kostenloses Exemplar. Ich habe kein Geld, um mir das zu kaufen. Da hinten ist der Typ. Ja? Gib mir ein kostenloses Spiel. Warum hat denn der da hinten Füße? Was ist denn da los? Oh-hah? Oh-hah! Sooo... alles klar wir gehen nach hause erst mal was oder ein jahr ist die türsteher mag ich einfach nicht spirit of casino hollock ich nehme mal gleich die preview auf ähm preview Aufnahme starten. 3D-Logo. Ich hab das. Ich hab das einfach nicht. Mach mal das. Ist ja egal. Mach mal Ratschlag. Mach mal das. Ist ja egal. Ja, mach mal das. Spiel Intro. Mach mal das Scheiß drauf. Und das da. Ich kann jetzt nicht mit dir reden, Hübsche. Ich muss Geld verdienen. Arbeiten. Das, 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 das. Mach mal das. Mach mal das. Rändern. Akzeptieren. Hochladen. Hochladen. Arbeiten. Hochladen. Ohne Maus nix los. Ohne Maus. Geht ihr in meinen Kühlschrank? Geht ihr weg, meine Hotbox! Ganz schön viele Bücher hier, obwohl ich nicht einmal gelesen habe. Ich feiere gerade diese Musik, auch wenn die sich hier komplett überschneidet im Game gerade irgendwie. Aber okay, vielleicht ist es so mit Absicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja so mit Absicht. Ah, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Mach mal das da. Zusammenfassung. Mach mal das da. So. Wir haben fast die 30.000 Abonnenten. Holy Shit. Das müsste rein theoretisch ja jetzt dort hin. Äh... Ja, wir lassen das mal so. So. Ah, ich verstehe. Ich verstehe so langsam. Aha. Äh... Was ist denn das hier? Direkt über das reden zu können, das nur so durch den Kopf geht, ist toll. Und wenn ich überall mal... Lade ein Vlog hoch. Ähm... Wo mache ich denn das? Doch bestimmt nicht so hier. Doch bestimmt nicht so hier. Ich verstehe. Ah, 30k Abonnenten. Äh... Äh... Oha. Oha. Drei? 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 Ich habe also überall schon noch drei gekauft. Ne, hier noch nicht. Aber jetzt. Honey Play Studios 3 ist bald, äh... erhältlich. Aber jetzt. Ja, komm scheiße. Wir gehen ins Kino. Du, 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 du. Du, 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 du. Uhhh... D. D. Neu Koppelung. Neu Monitor. Ja! Okay! Okay! Blablablablabla Warum stellt die sich immer hinter mich? Was ist falsch mit dieser Frau? Ich setze mich da an den Rand. Dann komme ich schnell aufs Klo. Schon wieder der gleiche Film. Romantiker. Oh, die Jachtweben. Hm, schön, schön. Ja, nee, den Rest lassen wir mal sein. Den Rest lassen wir mal sein. Ich kann hier halt jetzt auch nichts wirklich machen. Das ist ein bisschen schade. Man sollte wenigstens einen Vlog aufnehmen können. Aber wie mache ich einen Vlog? Wie? Ich weiß das nicht. Ich habe keine Kamera. Und da ist das Spiel. Machen wir direkt, ne? Ähm, Auftrag Gameplay. Machen wir doch direkt. Ähm, auch noch mal starten. Auch wenn ich saumüde bin und gleich wieder hier davor einpenne. Wo ist ein Easter Egg gefunden? Hm? Ja. Aha. Aha. Isto? Wie? Ja. 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 machen wir das da und das da so ja jetzt geht es nicht weiter hier irgendwie muss ich so machen so so akzeptieren hochladen geht nicht anders geht nicht anders so gehen wir noch eine runde arbeiten damit man sich ein neues Futter holen können was ist bei mir draußen los ich hoffe man hat es nicht gehört und wenn auch tut es mir leid dann gab es wieder man nee und da gibt es noch mehr Geld Talentpunkte komm gehen wir erstmal da hin so wie es aber weiter geht erfahren wir in der nächsten Folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da das ist ganz wichtig für die YouTube-Algorithmus lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video bis dann bleibt gespannt nächsten Tag und bye bye ity rockstar gel Untertitelung des ZDF, 2020